Ja, Hallihallo zusammen und Aloha! Nur eine kleine Info kurz nebenbei. Und zwar möchte ich morgen am Samstag um 12 Uhr mittags eine weitere Aufnahmesession von Need for Speed Rivals angehen. Und da habe ich mir gedacht, machst du doch diesmal eine kleine Session mit Zuschauern zusammen, die einfach mal gerne mit dir zocken wollen. Wenn ihr Bock habt dabei zu sein, dann schreibt einfach hier in die Kommentare. Ich werde mir dann 5 Personen aussuchen, weil man halt maximal eine Need for Speed Rivals Session von 6 Personen erstellen kann. Und diese 5 werde ich dann anschreiben und ihnen auch gleich die TeamSpeak IP mitteilen. Denn wir können dann auch gemeinsam über TeamSpeak quatschen und einfach mal eine kleine Aufnahmesession zusammen machen. Weil das ein bisschen Abwechslung reinkommt in das Need for Speed Rivals Let's Play. Und so kann ich ja auch nebenbei ein paar schöne Punkte sammeln, hoffe ich doch mal. Sei denn ihr seid natürlich viel zu gut und lasst mir keine Chance. Ja, wenn ihr Bock habt, einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr morgen um 12 Uhr mittags dabei sein wollt. Und noch als kleine Nebeninfo nebenbei, ich habe das Need for Speed Rivals Spiel ja für den PC, für Origin. Wenn ihr mich da noch nicht geedit habt als Freund, könnt ihr das gerne tun. Ihr findet mich unter dem Namen Pelturio. Und ja, ich denke mal, demnach entfallen auch alle die, die das Spiel für Playstation 3 haben zum Beispiel. Weil ich denke mal, man kann das nicht plattformübergreifend zusammenzocken. Sondern das geht dann halt nur, wenn ihr das Spiel auch für Origin habt. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen, haut rein und habt noch einen schönen Tag. Dann wird geraced. Ciao, ciao. Ciao.